Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen. So ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server und werde da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von der Diskussion hier mitnehmen. Dann können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen. Heute geht es darum, wie ihr euren Server gegen automatisierte Angriffe verteidigen könnt und das Ganze eben mit SSH-Guard. Dieses Video, wie ihr vielleicht an dem vorgeschalteten Intro gesehen habt, ist ein bisschen anders als die anderen Videos. Dieses Video ist nämlich Teil eines gemeinsamen Projektes mit Jean, Micha und mir. Wir machen verschiedene Videos zum Themenkomplex Sicherheit und wie ihr eure Server eben absichern könnt. Dazu gibt es eine YouTube Playlist. Das, was hier jetzt so wackelt, guckt einfach bei den anderen mal vorbei, was die so gemacht haben. Und da bin ich natürlich auch mit dabei, mit den Videos, die es davor gegeben hat, beziehungsweise es gibt aktuell nur ein Video von mir davor. Aber guckt einfach mal vorbei und schaut euch auch die anderen an. Dann wieder zu mir, was ich sonst so mache. Ich bin der Entwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Ich organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Daneben gibt es eben auch den wöchentlichen Livestream von Jean und mir in der Jean und Hauke Show auf Linux Guides. Und da ihr dieses Video seht, kennt ihr entweder meinen YouTube-Kanal oder meinen, ja, DevTube-Kanal, der demnächst leider umziehen muss, weil DevTube dicht macht. In meinem Kanal, beziehungsweise den Kanälen, zeige ich Dinge, mit denen ich mich beruflich oder privat beschäftige. Und in diesem Fall geht es jetzt um SSH-Guard, wie ich damit meine grundlegende Absicherung für meine eigenen Server oder für Kundenserver mache. Ja, was ist SSH-Guard und warum wollt ihr das unbedingt haben? Ja, SSH-Guard ist so eine dynamische Firewall, ganz einfach gesagt. Damit werden Angriffe erkannt und die IP-Adressen werden blockiert für eine gewisse Zeit. Das Ganze ist so ein Intrusion Prevention System. Zu diesem Themenkomplex hat Micha schon mal in einem vorigen Video aus dieser Playlist was gemacht. Der erklärt das Ganze ein bisschen und er malt auch ein bisschen dazu. Also guckt euch das Ganze mal an. SSH-Guard wertet verschiedene Quellen aus, Log-Dateien, zum Beispiel das Syslog. Und wenn SSH-Guard da meint, diese Einträge sehen irgendwie verdächtig aus, alles was von dieser IP-Adresse kommt, das ist nicht ganz in Ordnung, dann wird diese IP-Adresse einfach geblockt für eine gewisse Zeit. SSH-Guard erkennt Angriffe nicht nur auf SSH, auf OpenSSH, sondern auch auf Mail-Server, FTP-Server oder eine Reihe weiterer Dienste. Und wenn da was Verdächtiges festgestellt wird, wird eben diese IP-Adresse, von wo das Zeug kommt, blockiert. Das Blockieren geschieht über Firewall-D, über IP-Tables oder über andere Mechaniken, je nachdem was ihr auf dem System habt. Es gibt auch eine Variante, die läuft auf BSD. Dort gibt es wieder was anderes. Ich beziehe mich jetzt auf das, was auf Linux läuft. SSH-Guard kann prinzipiell, prinzipiell deswegen, weil es bis Debian 10 noch mit drin ist, unter Debian 10, Ubuntu und Raspberry Pi OS ganz einfach installiert werden. Über apt-install SSH-Guard. Das funktioniert bis zu Debian 10 wunderbar. Leider fehlt SSH-Guard unter Debian 11. Was kann man tun? Ich habe schon mal ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe zwei Videos gemacht. Die Version 2 habe ich jetzt gerade veröffentlicht, wie ihr ein eigenes Paket bauen könnt, was ihr unter dem Debian 11 installieren könnt. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass ihr von Debian Unstable bzw. Debian SIT einfach die Paketquelle einbindet und dann das Paket installiert. Da habe ich noch einen Trick dabei, damit ihr nicht mit dem nächsten Update euer ganzes System auf Debian SIT Unstable aktualisiert. Dazu werde ich dieses Pinning einsetzen. So heißt diese Methode, da wird einfach die Priorität von diesen Unstable Paketen so weit runter gedreht, dass man da keine Updates zu befürchten hat, die man nicht möchte. Und mit einem extra Parameter sage ich denn bei apt-get install-tsit, das SSH-Guard von dort installiert werden soll. So, ich habe mich jetzt auf meinem Debian 11 Testsystem mal eingeloggt. Ich bin aktuell noch der Benutzer Test. Ich brauche erstmal Root-Rechte, damit ich SSH-Guard überhaupt installieren kann. Wenn ihr jetzt ein Debian Ubuntu oder sonst irgendetwas hättet, was älter ist, also Debian 10 oder auch eine Raspberry Pi OS, dann könnt ihr apt-get install-ssh-guar-guar-t einfach machen und dann würde dieses Paket installiert werden. Unter Debian 11 ist dieses Paket leider nicht vorhanden. Daher das, was ich in meinen Folien schon mal gezeigt habe. Ich mache mir jetzt einen neuen Eintrag, eine Paketquellenliste unter diesem Pfad. Und dort steht denn drin, dass von dem Debian Server der Zweig SIT, also Unstable, und da dieser Unterzweig Main in die Paketverwaltung mit reingenommen wird. Damit ich jetzt nicht mein ganzes System auf Debian Unstable umstellen würde, ich mache das einfach mal hier zur Demonstration. Ich hole mir jetzt hier einmal die neuen Paketinformationen von dem Debian Server. Mein apt fragt jetzt einfach nach, welche Pakete gibt es dann. Dann gibt es eine neue Liste mit diesen ganzen Paketen. Und dann würde ich mein System, wenn ich das jetzt nicht gleich weiter konfigurieren würde, mit einem hier apt-get-upgrade eben auf Debian Unstable umstellen. Also wie man schon ein bisschen sieht hier an der Menge der Pakete. Das möchte ich nicht. Also das breche ich jetzt mit stg und c auch wieder ab. Darum verwende ich jetzt das sogenannte Pinning. Ich lege mir hier drunter eine neue Datei an und über Echo schreibe ich diese Werte mit rein. Dort steht jetzt drin, diese Filterregel oder diese Pinning-Regel gilt für alle Pakete, Sternchen, und die aus dem Release Unstable kommen, Debian SID und Unstable, das ist dasselbe. Dann werden diese Pakete, alle Pakete, die aus Unstable kommen, mit einer neuen Priorität minus 100 ausgestattet. Standardmäßig haben Pakete die Priorität 500 und mit der Priorität minus 100 sorge ich dafür, dass diese Pakete niemals installiert werden, die aus dem SID Unstable kommen. Jetzt aktualisiere ich nochmal meine Paketliste. Müsste ich zwar eigentlich nicht machen, aber der Vollständigkeit halber mache ich das jetzt nochmal. Geht deswegen auch entsprechend schneller. Wenn ich jetzt nochmal versuche, das Paket zu installieren, dann habe ich das weiterhin nicht. Ich habe weiterhin keinen Installationskandidaten. Wenn ich jetzt aber neben diesem Install-Kommando angebe, minus T SID, dann habe ich das Paket auf einmal denn doch mit dabei. Denn ich sage über dieses minus T und SID explizit, dass ich dennoch Pakete aus dem Unstable SID-Bereich haben möchte, obwohl die Priorität so weit unten ist. Also damit kann ich sagen, ich will das jetzt doch, auch wenn das da drin ist, gib mir dieses Paket. Ja, genau. Und so einfach installiert man denn SSH-Guard unter Debian 11. Ihr könnt auch ein Paket bauen, so wie ich das in Folien mal gemacht habe. Dort gibt es eben auch ein Video dazu, wie ihr das Ganze machen könnt. Aber es muss halt nicht sein. Das könnt ihr eben auch so machen. SSH-Guard ist jetzt installiert und auch gleich aktiviert. Also hier wurde, wie man sehen kann, gleich mit System D dieser Service eingetragen, dass er bei jedem Hochfahren auch wieder automatisch gestartet wird. Und SSH-Guard läuft jetzt auch schon im Hintergrund. Wenn ich jetzt einmal gucke, mit PSA kriege ich eben alle laufenden Prozesse und mit dem Pipe und mit dem Grab kann ich nochmal das Ganze eingrenzen. Das müsste reichen. Also ich habe jetzt hier drei verschiedene Prozesse von SSH-Guard, die einfach laufen und in den Loks nachgucken und eventuelle Angriffe halt blockieren. Zum Glück gibt es bei SSH-Guard auch nicht wirklich viel einzurichten. Eine sehr sinnvolle Sache kann sein, diese Whitelist zu editieren und dass ihr dort statische IP-Adressen, die euch gehören, einfach eintragt, damit die niemals blockiert werden. Dort könnt ihr zum Beispiel euer Adminsystem eintragen mit einer statischen IP-Adresse und selbst wenn dort irgendwelche Probleme auftreten solltet, ihr habt, keine Ahnung, dreimal das falsche Passwort eingegeben, dann wäre halt euer Adminsystem auch blockiert für eine gewisse Zeit und ihr kommt nicht mehr auf euren eigenen Server. Also könnt ihr dort eben eintragen, dass spezielle IP-Adressen nicht blockiert werden. Das würde ich halt machen, wenn ihr euch nicht selbst aussperren wollt. So, jetzt bin ich wieder zurück auf meinem Debian 11. Ich habe das einfach mal in der Zwischenablage gehabt, damit ich nicht tippen muss. So, wenn ich jetzt möchte, dass mein Administrations-PC mit hier einer IP-Adresse, ich rate jetzt mal was, die 23, 102, 168, 1 und 23, niemals blockiert werden sollte durch SSH-Guard, dann muss ich auch noch angeben, dass das System aus dem 24er-Netz kommt, also die Netzwerkmaske in dieser Kurznotation gebe ich dann auch noch mit an. Dann beende ich den Nano mit STH-G und X. Dann wäre ich nochmal gefragt, ob ich das Ganze speichern möchte. Ja, möchte ich machen. Dann nehme ich Y und bestätige nochmal, dass ich das Ganze unter demselben Dateinamen wieder abspeichern möchte. Jetzt habe ich hier meine Whitelist editiert. Das ist jetzt der Inhalt davon. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Editor nehmen, wie I oder was auch immer ihr möchtet, um diese Whitelist zu editieren. Damit die Liste jetzt auch wirklich angewendet wird, startet ihr SSH-Guard einmal neu. Das geschieht exakt so. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit System D machen, also System CTL und Restart SSH-Guard geht auch. Ich habe jetzt diese Variante genommen, die auch unter Debian-Derivaten funktioniert, die kein System D verwenden, sowas wie DEVUAN. Da funktioniert es halt hier über dieses Skript. Das funktioniert überall. Aber ihr könnt es natürlich machen, wie ihr das möchtet. So, jetzt haben wir die Whitelist angewendet und dieses mit Restart, das hilft euch auch, dass diese dynamische Filterliste weggeschmissen wird. Also die ist quasi bloß im Arbeitsspeicher, nach dem Neustart von dem System oder nach dem Service-Neustart ist diese Blockierliste auch wieder weg. Wenn ihr jetzt ein anderes System ausgeschlossen haben solltet, aber mit eurem Admin-System gerade noch draufkommt, dann könnt ihr einen Restart machen, um diese Blockierung für andere Systeme wieder aufzuheben. Ja, interessant ist natürlich auch noch, wer so ein System angreift. Ich habe hier mal von einem existierenden Server ein paar Sachen rauskopiert. Das gibt dann Einträge unter varlog.auth. Und dort stehen halt drin die IP-Adressen, von wo der Angriff halt kommt, dass in diesem Fall der Service SSH betroffen war, wie dieses Gefährdungslevel ist, dieses Danger-Level. Und ja, dass das Ganze blockiert wurde, die IP-Adresse und eben auch, wenn diese Blockierung wieder aufgehoben wurde. Ihr könnt das Ganze auch wieder über System D, über den Journal-CTL abfragen. Das geht dann über Journal-CTL-TSSH-Guard oder ihr guckt halt in diese Log-Datei rein. Der Informationsgehalt ist halt relativ ähnlich. Also da steht dann auch ein anderes Danger-Level für die IP, die ich mir mal rausgepickt habe und wann das Ganze stattgefunden hat. Damit wir jetzt ein bisschen was sehen. Ich bin jetzt ja in meiner abgeschlossenen Umgebung. Hier gibt es keine Angriffe. Das ist eine Testumgebung, wo keiner so reinkommt. Also von daher wäre das sehr langweilig. So, damit wir jetzt auch noch ein bisschen was sehen können, habe ich mir jetzt so eine zweite virtuelle Maschine genommen und die jetzt Evil genannt. Das ist die virtuelle Maschine von dem bösen Angreifer. Und jetzt werde ich einfach mal ein paar Passwörter ausprobieren. Aber gut, war wohl noch nicht das Richtige. Aber das hier. Na gut, vielleicht das jetzt. Na gut. So, und jetzt? Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Hm. Das ist jetzt ja irgendwie blöd gelaufen. Und exakt das ist das, was SSH Guard macht. Wenn ich jetzt zu meiner Debian 11 virtuellen Maschine springe und einfach mal gucke, was dort drin steht. Ich habe jetzt hier über Journal CTL und minus T SSH Guard mal geguckt, welche Einträge es für SSH Guard gibt. Und dort gibt es jetzt eben Einträge für die IP-Adresse von dem bösen Hacker. Da hat nämlich exakt diese IP-Adresse. Und der Service SSH ist betroffen. Und dann steht eben auch dabei, was passiert. Passt nicht ganz hier drauf. Also es wird diese IP-Adresse geblockt für 120 Sekunden, weil eben drei Angriffsversuche stattgefunden haben innerhalb von 11 Sekunden. Und das ist nicht gut, findet SSH Guard. Und von daher wird diese IP-Adresse jetzt geblockt. Nochmal zurück zum Angreifer. Der SSH-Client wartet immer noch auf eine Verbindung durch die Firewall. Wird das System erstmal geblockt auf SSH und das Ganze für 120 Sekunden. So, das war es dann auch für diese Folge. Ja, wenn ihr irgendwie Interesse an so einem Sicherungssystem habt, was eigentlich relativ einfach ist, euch schon mal eine Menge Schmutz vom Halse halten kann, dann verwendet wirklich SSH Guard. Es gibt auch andere Dinge, die ihr da stattdessen verwenden könnt. Micha hat dazu auch was gemacht. Guckt auch mal in seinem Video und natürlich in den anderen Videos aus der Playlist, die ich auch verlinkt habe, einfach mal vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen beim Absichern, beim Nicht-Absichern eurer Systeme. Ansonsten bis dann, viel Spaß und tschüss. Schönen, viel Spaß und tschüss. Schönen, viel Spaß und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020